Ich finde jetzt Playoffs grundsätzlich nicht so abwegig. Es wird ja in ganz vielen Sportarten gespielt und ich bin grundsätzlich sehr offen auch für Regeln und Reglementänderungen, wenn es nicht überhand nimmt und nicht allzu verrückt ist. Wieso nicht? Also es ist wahrscheinlich ja angebracht, um dem Tabellenzweiten, Dritten und Vierten eine realistische Chance dann auch nochmal zu geben, Meister zu werden aktuell, weil die Bayern scheinbar übermächtig sind in den letzten Jahren.